Und damit herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Wir müssen den hier ausschalten als erstes. Und sind auch am überlegen, wie wir das am besten machen. Ja doch, wir würden von da hoch kommen, aber... Dann müssen wir erst den ausschalten. Dann wird's vielleicht gehen. Oh oh. Aua. Unser erster Sturz. Überhaupt. Vorher noch nie passiert. Jetzt zum ersten Mal. So. Weil wir wollen gucken, dass wir das ganz leicht eingenommen bekommen. Weil momentan sind's nur drei, solange die keine Verstärkung rufen können. Und deswegen müssen wir den mit dem Horn zuerst erwischen. Und dann mal schauen. So, pass mal auf. Du bleibst jetzt... Da. So, wir können hier um die Ecke gehen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir auch unseren Bären rufen. Ach, verdammt. Ach. Verdammt. Verdammt. Nein. Ah, die können immer so viel wegstecken. Nein. Ah, die können immer so viel wegstecken. Sehr gut. Sehr gut. Oh, jetzt. Erstmal schnell zu unseren Bären. Bestie heilen. Und wir genießen den Schuss. Und wir genießen den Schuss. Nachtwachenleuchtfeuer erobert. Ja gut, jetzt fackelt das erstmal hier. Bleibt leider nicht aus. Ähm. Na, wo liegt der denn? Hier irgendwo muss doch der... Da liegt der. Sehr gut. Ja, unsere Pfeile kommen wieder rein. Nicht alle. Das wissen wir immer. Ähm. Wo war denn der hier? Da ist er. Tja. Nein. Ähm. Wo war denn der hier? Lager? Ach nein. Hier in der Nähe. Nichts zu sehen. Geheilen sich nochmal. Oh. Fein. So. Wir ruhen uns aus. Und schlafen bis zur Monddämmerung. So. Leider packelt hier immer noch alles. Was wäre wo, die waren wo? Nichts zu sehen, ne? Naja. Ach nein. Hm. Hm. Ach hier. Ranger jagen. Wo sind die Löwe denn denn? Da oben. Da kommen wir schlecht an sie ran. So. Pfeile. Sehr gut. Fantastisch. So. Wir waren auf dem Weg. Achso. Nein. Wir haben. Ja. Wir wollen wieder ins Lager zurück. Wir haben noch eine Dorfaufgabe. Zack. Schnellreise. Wir wollten eigentlich eine Hauptaufgabe machen. Ja. Sind aber ein bisschen vom Weg abgekommen. Macht aber nichts. Wir kommen noch zu den Hauptaufgaben. Keine Sorge. Das Spiel macht einfach so viel Spaß. Auch mit den ganzen Nebenaufgaben. Ich kann jedem nur mit dem zockt es selbst. So. Ähm. Und wenn du nicht magst, schau gerne weiter hierzu. Ah. Er wieder. Von ihm haben wir schon die ein oder andere Aufgabe gehabt. Was ist es denn diesmal? Unser Dorfwix Taka. Heute Nacht werden Ninja singen, um Geister zu danken. Komm mit. Beschütze Ranger Stimme. Vor Nachtbestien. Mach Ranger Dorf sicher. Okay. Ähm. Wir müssen da ganz hin. Zur Abwechslung. Hm. Reisen wir. Zur Abwechslung reisen wir. Noch können wir. Wir ruhen uns dann aus. Ich denke mal, wir müssen eben bei Nacht da sein. Von daher. Schlafen wir bis zur Abend. Warum? Aber ich glaube, es wäre auch Nacht geworden, wenn wir da jetzt an Tage hingegangen wären. Auch egal. So. Kinder. Ähm. Wer hier? Wer hier wäre, heißt er. Ähm. Reisen. So. Und los geht's hier. Ähm. Ich glaube, das ist unten. Was haben wir hier? Ihr seid ganz schön mutig. Was sucht ihr denn hier? Seid ihr bekloppt oder was? Ihr habt hier nichts verloren. Unser Gebiet. Das ist ja wohl eine Frechheit. So. Oh. Nein, 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 nein. Ja, hast du gut reagiert. Da lang. Da lang. Ich vermute es unten eben halt. So. Oh. Jawoll. Stopp. Mitnehmen. Oh, wir haben genug. Wir stellen mal wieder welche her. Sehr gut. Hier irgendwas los. Nichts, was wir momentan sehen. Dann starten wir die Mission. Der Lied der Geister. Sprich mit Wenja. Okay, komm, wir gehen mal hin da. Das Schiff nehmen wir mit. So, ich bin mal gespannt. Und? Na, drängel nicht. Was willst du das für reiten, ne? Das macht hier genau so'n Spaß. Na gut. Ähm, das nehmen wir auch noch mit. Okay, sind wir voll, verdammt. So, da nach oben müssen wir. Hm. Was haben wir hier? Taka, wir singen für Geister. Geben mit uns. Machen wir. Tata, Leute. Also, da nach oben. Go, ich mache mit uns. Alles ist richtig. Tata, Tata. Ja, die, die, die. Ja, die. Ja, die, die. Ja, die, die. Ja, die, die. Ja, die, die, die. Ja, die, die. Normalerweise müssten sie ja davonbleiben, wegen den Bären. Normalerweise. Wir schauen mal. So, wir laufen hier rüber und... ...der Gehen uns auch direkt oben. Okay, erster Checkpoint. Wir schützen die Rangers. Zwei müssen überleben. Sind das Au? Oh. Ey, sag mal. Das gibt's doch nicht. Oh. Alter. So, mach ihn platt hier. Bei diesmal wechseln wir auf den Speer. Ja, komm her. Ja, ja. Voll die Augen hier überall. Ah, verdammt. So. Ja, wo kommen wir jetzt schon wieder? Ah, hier. Wir laufen einmal rum. Oder was? So. Okay, nächste Welle anscheinend. Achso, es geht weiter. Okay. Hey. So. Halte die jetzt hier auch rum, oder was? Wir gehen dann weiter, ne? Wir gehen dann weiter, ne? Ja. Okay, hinter uns ist nichts. Ich bin leicht angespannt, deswegen bin ich so still. Es tut mir leid. So. Oh. Das ist gar nicht gut. Halt die Klappe! Säbelzahntiger. Scheiße. Ah, verdammt. So. Hier ist irgendwo ein Säbelzahntiger langgelaufen. Genau da hoch. Das heißt nichts Gutes. Oh, oh. Vor allem ist es verdammt guter Jäger. Vor allem ist es ein verdammt guter Jäger. So, es wird hell. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ach, verdammt. Nein, noch nicht. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Oh, oh. Udam natürlich. Boah, stell dich doch nicht in den Weg. Ja, genau. So. So. Ey, wo ist er hin? Da. Verdammt, ey. So, war es das jetzt? Nein, immer noch nicht. Was ist denn das für eine Mörderaufgabe, ey? Ich glaube, da oben kommen wieder welche. Hab ich's richtig gesehen? Ne, anscheinend doch nicht. So, die laufen schon weiter? Jawohl. Hinterher. Und mit was für einem Affentempo? So. Ihr seid doch bekloppt. Wartet! Na, Alter. Ja. So, wir haben sie gleich... ja, eingeholt nicht, aber wir sind nahe dran. Sie laufen nach Hause. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, wenn sich jetzt hier nichts mehr weiß, was rumtreibt, dann sollten sie auch sicher sein. oh dear. Und hier bestehen sie. Hier liegt der Geister... Abgeschlossen. ピitten So, wir schauen noch mal. Jawohl, wir haben einiges wieder geschafft, denn wir kommen wieder zum folgenden Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.